Musik Willkommen bei der Dampferschule. Ich grüße euch, ein erkälteter Robert. Grüßt euch. Cheers. Deswegen auch immer wieder ein kleiner Schluck heute nötig, mehr als sonst wahrscheinlich. Also, wenn ihr mich jetzt ein bisschen anders hört, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Nein, liegt hier nicht am Mikro, liegt an der Stimme und der Lunge. So, eine neue Folge. Wann soll man aufhören, ist heute hier das Thema. Ja, ich habe mir wieder vorgenommen, hier Moderationskärtchen wieder vorzubereiten und dann gesagt, ach nein, das kriegen wir doch so hin. Ich habe nur ein paar so Anhaltspunkte aufgeschrieben, um hier mich da nicht ganz zu verzetteln. Aber das Thema ist klar. Das Thema ist das Ende. Das Ende. Da haben wir zwei Punkte zu bedenken als E-Zigaretten-Nutzer. Das erste ist mal das Thema, wann weiß ich, wann ich genug gedampft habe. Dieses Ende. Und dann aber auch noch das ganze Ende rund ums Thema E-Zigaretten. Auch das können wir uns hier ansehen. Und der Stream, also der Chat ist ja heute hier mit dabei, auch von Anfang an auch gerne gleich eure Meinung mit dazu. Der erste Punkt ist ja vielleicht der am einfachsten zu beantwortende. Wann weiß ich, wann ich genug gedampft habe? Ja, bei einer Zigarette ist es klar, so bei der E-Zigarette vielleicht nicht so sehr. Ich weiß, dass wir das schon mal in einer Folge kurz auch mit dabei hatten. Jetzt passte es mir aber hier gerade zum Thema Ende. Also, jetzt habe ich halt irgendeine E-Zigarette vor mir und gehe jetzt hier in die frühere Raucherpause vielleicht, beziehungsweise eben jetzt in die Dampferpause. Ja, wie geht das? Ja, könnt ihr hier theoretisch hier dran nuggeln, bis das Ding hier leer ist, egal ob Akku oder Liquid. Und da sage ich mal ganz klar, nein. Gehen wir mal davon aus, ihr habt hier Nikotin da drinnen. Wenn ihr mit Nikotin dampft, tatsächlich zeigt euch der Körper, wann es genug ist. Ja, ihr werdet wahrscheinlich, auch wenn ihr starker Raucher seid, nicht in die Verlegenheit kommen, bei einer ganz normalen Dampferpause hier den ganzen Tank hier leer zu dampfen und habt dann immer noch das Gefühl, es wird weitergehen. Nein, der Körper zeigt es ganz klar, wenn Nikotin wirklich hier reichlich im Körper ist. Wenn man dann darüber hinausgeht, was technisch und körperlich absolut machbar wäre, dann könntet ihr auch negative Geschichten erfahren, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelgefühle. Das wäre natürlich dann schon dann die Überdosis. Die will man ja freiwillig um gar keinen Fall erreichen. Deswegen achtet einfach auf den Körper. Zählt nicht unbedingt die Züge und vergleicht sie jetzt mit dem Zug einer Tabakzigarette. Das ist nicht eins zu eins das Gleiche. Bisschen schwieriger wird es natürlich dann beim Thema, ihr dampft ohne Nikotin. Dann habt ihr selbstverständlich diesen Mechanismus dann nicht, dass euch dann der Körper eben dann sagt, wann ihr genug Nikotin aufgenommen habt, denn ihr habt ja gar keines dann da drinnen. Ja, da könnte man jetzt eigentlich sagen, theoretisch, ihr könnt die ganze Zeit weiter dampfen. Aber auch da gibt es Anzeichen. Wie ich früher noch Direct to Long gedampft habe, habe ich regelmäßig Nikotin frei gedampft. Bei Direct to Long war bei mir so gut wie nie Nikotin da drinnen. Und trotzdem hatte ich dann, nicht trotzdem, aber ich hatte dann nach einiger Zeit, wenn ich permanent und viel gedampft habe hintereinander, tatsächlich dann sowas wie ein Hustenreiz. Mag jetzt hier bei euch, da bin ich jetzt auch neugierig hier auf die Meinung im Chat, nicht der Fall sein. Ich hatte es dann. Mir hat dann trotzdem irgendwie der Körper signalisiert, es reicht, ich brauche eine Pause. Nie vergessen, auch wenn der Dampf der E-Zigarette jetzt in keinem Vergleich steht zur Tabakzigarette, also zum Rauch der Tabakzigarette, punkto Schädlichkeit, trotzdem ist es nichts, was die Lunge jetzt unbedingt haben möchte. Die Lunge ist nicht gebaut dafür, dass sie jetzt hier Aromen permanent aufnimmt. Also irgendwie reicht auch das irgendwann mal dem Körper. Aber keine Angst, es ist dann nicht so, dass ihr dann diesen einen Zug dann zu viel macht und dann irgendwie einen Hustenreiz kriegt oder umfallt. Nein, 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 nein. Da kommen schon vorher so quasi so Sättigungsgefühle auf. Der Echte-Bela schreibt, also ich habe Tage, an denen ich ganz viel dampfe. Heute zum Beispiel, an anderen Tagen dampfe ich abends kaum noch. Da ist dann drei Stunden vor Schlafenszeit Schluss. Patricia schreibt, Hustenreiz hatte ich nur bei sehr viel Nikotin, sonst kann es die L höchstens zu einem trockenen Hals kommen bei mir. Da muss ich gleich mal vorwegnehmen, in den Zeiten, wo ich die L gedampft habe und das richtig übertrieben habe. Ja, ganz ehrlich, da war meistens aber auch Alkohol im Spiel. Das ist so wie früher, Rauchen und Alkohol. Ich habe deutlich mehr geraucht, wenn ich halt wirklich Alkohol getrunken habe und unterwegs war und mit Leuten unterwegs war und mich halt irgendwo getroffen habe. Das war immer über die Grenze. Jetzt allerdings muss ich halt dann sagen, beim Dampfen mit Nikotin wird es auch so sein. Ich nehme es aber tatsächlich weniger wahr, weil ich ja ohnehin immer wieder die Dampfe bei mir habe. Ja, also tagsüber wird man mich jetzt kaum mal eine Stunde irgendwo sehen, wo ich mal nicht irgendwo an der E-Zigarette nuckele. Ja, das wird nicht passieren. Nikotin frei vertrage ich mehr, verträgt man eben mehr, weil diese Aufsättigung eben nicht stattfindet. Trotzdem gibt es eine, ich sage es mal, biologische Grenze, wo dann der Körper sagt, es reicht ihm jetzt. Ihr werdet auch da hinüber hinausgehen können, aber warum solltet ihr? Ihr habt davon gar keine Lust mehr. Also macht euch bitte keine Gedanken, ob des Themas, wie viel ist genug und wie viel ist denn eigentlich noch zu wenig, dampft. Dampft, ja, und testet es einfach mal aus, aber gar nicht einmal bewusst. Ihr werdet merken, habt ihr so gemeinsame Pausen mit Rauchern und ihr geht halt dann irgendwie mal raus und da steht ihr dann so zusammen. Dann ist das Ende sowieso recht vorgegeben. Wenn die Zigarette des Gegenübers fertig ist, ungefähr dann werdet ihr auch aufhören. Seid ihr nur Dampfer? Ja, keine Ahnung, nehmt euch halt mal vor, fünf Minuten, zehn Minuten rauszugehen. Und es wird dann passen, ob ihr dann hier zwei- oder achtmal da dran gezogen habt, das sagt euch euer Körper, euer Lustempfinden, was auch immer. Bitte keine Sorge jetzt hier vor einer Überdosierung mit Nicodin. Da kommt schon der wahren Hinweis des Körpers früh genug. Schwieriger zu beantworten ist aber dann die nächste Frage und da bin ich noch mehr auf den Chat gespannt. Ja, Dampfgäre schreibt auch noch, Husten bei Collada. Also wenn du so Kühle im Dampf da drinnen hast, also im Liquid und dann eben auch im Dampf, dann kann es natürlich auch zu Hustenreiz kommen, der nicht unbedingt eine Sättigung anzeigen sollte, sondern einfach dann reizt halt das Collada die Lunge. Aber wann soll ich aufhören zu dampfen generell? Also irgendwann mal wurde ich Raucher. Nach einigen erfolglosen Versuchen, das Rauchen loszuwerden, kam ich also irgendwann auf die Idee, auf die E-Zigarette umzusteigen. Ja, und die E-Zigarette war ja eigentlich ursprünglich als Hilfe gedacht, vom Tabak wegzukommen. Also eine Ersatzhandlung, ein Ersatzprodukt. Aber wie komme ich denn jetzt ganz von dieser, ich sage es mal trotzdem, Sucht weg? Und schaffe ich das leicht? Was kann mich dann erwarten? Die wichtigste Frage ist natürlich, ob man wirklich weg möchte, ob man das, wie viele hier in dieser Gruppe, wo wir uns hier so zusammentreffen am Samstagnachmittag, das auch ein Hobby geworden ist? Oder ob ich es wirklich nur als Ersatzhandlung gewählt habe und dann davon auch noch wegkommen möchte? Michi schreibt, das Dampfen ist viel besser zu handeln als Rauchen. Man kommt auch ohne Probleme Stunden ohne Dampfen aus, was früher fast unmöglich war mit dem Rauchen. Das jetzt eben noch zur vorherigen Frage. So, trotzdem, ihr werdet jetzt hier von mir keine klare Antwort kriegen, wann der beste Zeitpunkt ist, komplett aufzuhören. Ich weiß es von mir selbst auch noch nicht. Werde ich irgendwann mal aufhören? Vielleicht. Vielleicht, ich sehe im Moment einfach nicht die große Notwendigkeit. Ja, wenn es euch nur darum geht, das Laster rauchen zu lassen und wollt eigentlich auch weg von der E-Zigarette, müsst ihr hier ganz sicher beim Thema Nikotin ansetzen. Das heißt, Dampf dir mit Nikotin ist das Thema nicht mal die körperliche Abhängigkeit, sondern wie immer hier im Kopf. Es ist immer wieder im Kopf. Das bedeutet, ich würde das Gefühl des Nikotins wahnsinnig vermissen. Also gibt man mir jetzt von heute auf morgen hier nur noch nikotinfreie Sachen und ich inhaliere das Zeug jetzt, dann fehlt mir einfach der Druck auf der Lunge. Ja, und der würde mir abgehen. Das könnte ich also nicht von heute auf morgen loswerden. Das könnte ich nur abschwächen, indem ich mal das Nikotin reduziere. Wochenweise, keine Ahnung, auch wieder jeder anders. Und dann einfach langsam, langsam, langsam Richtung Null mich halt dann bewege, was das Nikotin angeht. Dann ist man dieses Thema mal durch. Dann braucht man irgendwann dieses Gefühl nicht mehr. Aber ja, dann geht es hier noch darum, die Ersatzhandlung loszuwerden. Und das ist halt genau das Problem, das wir alle doch auch hatten, mit dem von heute auf morgen Rauchen aufhören. Ja, nur ein großer Vorteil ist, wenn ich mit der Ehrzigarette aufhören möchte und schon bei Null Nikotin angelangt bin, ich habe diesen körperlichen Entzug nicht. Höre ich von heute auf morgen mit Tabakzigarette auf und habe bis dahin, keine Ahnung, 15 bis 30 Zigaretten am Tag geraucht, kommt die psychische Komponente und es kommt die körperliche Komponente. Und dieser riesige Faktor körperliche Komponente, auch wenn der nicht so lange dauert, der eigentliche Entzug, der körperliche beim Tabak, trotzdem ist er vorhanden und der erschwert die ganze Geschichte ungemein. Also diesen ganzen Faktor habt ihr nicht und es geht mit vielen, vielen Anführungszeichen nur noch um die mentale Geschichte. Ja, und da ist es halt wie immer im Leben, da muss man selber durch. Also es würde auch für mich jetzt nicht easy sein, aufhören mit der E-Zigarette. Das heißt, sozusagen würde ich schon sagen, dass ich süchtig bin nach der E-Zigarette und sei es auch nur wieder mit Anführungszeichen vom Kopf her. Was aber schwieriger ist, als teilweise jetzt so sagen, ein, zwei Wochen körperlicher Entzug und fertig. Und das war es dann. Nein, ich würde genau das hier vermissen. Ja, anziehen, Druck spüren, raus und schmecken. Ja, das würde ich definitiv vermissen. Michi schreibt, Dampfen macht Spaß, ist ein Hobby geworden. Volkan, ich habe auch kein Schmachtempfinden. Dampfen ist bei mir purer Genusslust. Patrizia schreibt wieder, solange ich noch das Gefühl habe, dass ich beim nächsten Stress oder Problem wieder zur Ziege greifen würde, solange werde ich noch dampfen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Vermisst ihr trotz der E-Zigarette immer wieder die Tabak-Zigarette? Dann würde ich nicht sagen, seid ihr schon so weit, über das Thema nachzudenken. Ja, dann bitte hört nicht auf mit der E-Zigarette, denn dann ist die Gefahr sehr, sehr groß. Genau wie es jetzt hier auch so geschrieben steht, im nächsten Stressmoment, was auch immer der sein mag, schnell wieder in den Tabak-Trafik zu laufen, um Zigaretten zu kaufen. Ja, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich ein schwieriger Prozess, wie ich finde, aber ein spannendes Thema. Ich kenne Leute, die komplett weggekommen, weggekommen klingt jetzt wieder so, als müsste man wegkommen. Also die halt wegkommen wollten, auch von der E-Zigarette. Gebe aber zu, mir fallen jetzt aber auch nur zwei Leute ein. Und einer davon, eine davon, hat es zu 100% durchgezogen. Und ja, jetzt, wenn ich so zurückrechne, mehr als ein Jahr, weder Tabak-Zigarette noch E-Zigarette benutzt. Auch keine weitere Ersatzhandlung. Sie ist komplett weg von diesem Verlangen, irgendwas inhalieren zu müssen oder irgendwas hier so zum Spielen in den Fingern zu haben. Was ich natürlich sehr gut irre, was ich gut finde. Ja, wenn man sagt, okay, dann halt gar nichts. Dann halt weg davon. Bei der anderen Person ist das noch so, ich weiß, dass diese Person noch kämpft. Möchte es aber durchziehen. Da ist es jetzt ungefähr zwei, drei Monate her, wo ich erfahren habe, dass diese Person eben auch aufhört zu dampfen. Und da, ich spreche immer wieder unregelmäßig mit der Person. Und da ist ein bisschen ein Kampf dahinter. Also da würde ich noch nicht die Hand ins Feuer legen, dass es da in diesem Fall gut geht. Ja, der Bela schreibt, der erneuten Griff zur Kippe kann ich mir nicht vorstellen, mag ich nicht mehr riechen, aber ich brauche wohl das Nuggeln noch. Genau, also so seht ihr euch selber in dieser Schiene. Ihr braucht das wirklich noch, dieses Gefühl, etwas zu inhalieren und so weiter. Ja, dann bitte hinterfragt euer Vorhaben, vorzeitig aufhören zu wollen. Ich habe dann nicht das Gefühl, ihr seid schon komplett durch mit dem Thema des Inhalieren-Müssens. Ja. Michi schreibt, meine Frau raucht, stört mich nicht, muss aber jeder selbst wissen. Natürlich, das ist wieder eine andere Sache. Also, Entschuldigung. Ja, ich habe gesagt, kurz mal hier einen Schluck nehmen. Ja, Michi schreibt jetzt auch, probiere mal wieder eine Kippe, da bekommst du das Kotzen, wenn du schon länger dampfst. Also, ganz bewusst mache, würde ich das jetzt auch nicht tun. Ich weiß auch, es würde scheiße schmecken, ganz, ganz klar. Trotzdem habe ich da überhaupt kein Verlangen. Denn auch im Gegenteil, bei der letzten Messe habe ich sogar mal wieder an einem Heater dran gezogen, also Tabakerhitzer, und fand diesen Geschmack da schon scheiße. Hätte mich vielleicht als Raucher abgeholt, aber jetzt auf jeden Fall mal nicht mehr. Ja. Insgesamt möchte ich euch aber trotzdem sagen, habt ihr das Verlangen, auch aufhören zu wollen und wirklich zu sagen, gut, das war nur der Übergang, weg von der einen Droge. Als Ersatzhandlung nehme ich das und dann möchte ich dann nicht Raucher werden und nicht Dampfer werden. Es ist natürlich auch das in Wochen oder Monaten möglich, dann durchzuziehen. Da ist dann wieder die Willensfrage das Thema. Und eines muss ich aber auch sagen, wenn ich nicht geschafft habe, schnell und unkompliziert von der Tabakzigarette loszukommen und dafür dann die Ersatzhandlung dann gebraucht habe, dann hätte ich persönlich auch die Befürchtung, dass ich auch vielleicht scheitern könnte, wenn ich dann die E-Zigarette loslassen wollen würde. Bloß der Rückweg zur E-Zigarette, wenn ich sage, okay, ich schaffe es nicht, dann halt nur hin und wieder E-Zigarette, vielleicht sogar ohne Nikotin, wie auch immer. Diesen Rückweg würde ich eben als unproblematischer sehen, denn warum? Medizinisch, Achtung, ich bin jetzt hier kein Arzt, aber es gibt nach noch immer keine nachgewiesenen Erkrankungen oder körperliche eindeutig auf die E-Zigarette zurückzuführenden Schädigungen. Das ist wichtig. Wenn ihr loskommen wollt, dann wollt ihr loskommen. Dann habt ihr Bock oder eben keinen Bock mehr dann zu dampfen und wollt weg davon. Alles gut und schön. Kann ich verstehen. Warum nicht? Ja, irgendwann sagt vielleicht mal jemand, es reicht. Bloß wissenschaftlich gesehen hat mir noch niemand hier was präsentieren können und das wird lange genug schon versucht. Es hat noch niemand etwas präsentieren können, wo wirklich nachgewiesen ist, dass die E-Zigarette dem Körper gesundheitlichen Schaden zufügt. Und das ist dann ganz wichtig. Bei der Tabakzigarette sieht es eben komplett anders aus. Da kann es eine Trinklichkeit geben, da kann ich schon symptomatisch sein, mein Lungenfacharzt sagt, ob Gottes Willen, bitte steig auf die Bremse. Weg, weg, weg von dem Ding. Denn sonst überlebst du vielleicht die nächsten Jahre nicht oder deine Beine werden abgenommen und, und, und. Da gibt es ja ganz viele, ganz, ganz katastrophale Folgeschäden. Ja, da ist die Notwendigkeit der Notbremse gegeben. Beim Dampfen ist es halt mehr oder weniger zum Stand hier Mai 2023. Ja, vielleicht einfach die Unlust die ihr verspürt, weiterhin zu dampfen. Das mag mal sein. Ja, Patrizia schreibt, nicht wenn die Studien gut und nachvollziehbar durchgeführt wurden. Ja, also ist zur Zeit nicht da. Ich kann nicht in die Zukunft blicken. Kann keiner. Keiner kann wissen, was irgendwann mal kommt. Aber wenn es heute ja gehen soll, um wann soll man aufhören mit der E-Zigarette, wann, müsst ihr entscheiden, wie lange wird es dauern. Ich gebe mal so einen Tipp ab, weil ich das schon so mitbekommen habe. Wenige Wochen bis, ja, keine Ahnung, zwei Monate, dann könnt ihr es auch schaffen, euch dieses, dieses, dieses Haptische abzugewöhnen. Ja, dieses Verlangen dann immer so hipperlich irgendwas dann zu suchen, wie man das auch kennt. Als Raucher noch, wenn man so irgendwie auf diesem Entzug dann schon ein bisschen war und man hat es schon so herumgesucht und so herumgenestelt. Ich hätte zwar das Körperliche nicht, aber das Geistige würde genau das Gleiche bei mir hervorrufen. Ich würde mich unwohl fühlen und müsste diese Zeit einfach durchstehen. Das sind halt mal auch dann ein paar Wochen, die man den geistigen Entzug durchmacht, aber weniger schädlich für den Körper als die körperlichen Symptome, die man hat bei der Tabakzigarette und dessen Entzug. Ja, hat jemand von euch hier im Chat schon mal aufgehört, komplett zu dampfen oder versucht, warum auch immer. Warum auch immer. Ja. Ich sage mal so, viel mehr Symptome würde ich jetzt wirklich nicht erwarten, wenn ich aufhöre. Wirklich nicht. Denn was soll noch kommen? Was soll passieren? Einen körperlichen Entzug werdet ihr nicht durchmachen. Ja. Michi schreibt, bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, habe geraucht und gedampft, bis ich eines Tages gar keine mehr geraucht hatte. Am 06.06.20 seither keine Kippe mehr. Gratuliere dazu. Carlos Cornil, natürlich ist jeder anders, aber dieses Tabak schmeckt scheiße, ist mit Vorsicht zu genießen. War mal zwei Jahre rauchfrei, ohne Dampfe und dann wurde die Lust auf eine Zigarre übermächtig und glaub mir, die war gut. Ja, 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 da kanntest du aber, du schreibst ja, dass du da auch noch nicht gedampft hast, wenn ich es richtig verstanden habe. jetzt, na gut, dann kanntest du ja auch noch gar keinen anderen Weg. Oder ich habe es jetzt falsch verstanden. Aber, ja, gut, wenn die Lust schon sehr maßen groß ist, ja, ja, dann findet man vielleicht auch wieder eine Tabakzigarette gut. Aber dann geht es eher, glaube ich, um die nervliche Beruhigung, obwohl es ja genau das Gegenteil macht, die eingeredete nervliche Beruhigung. Um die wird es dann wohl eher gehen. Ja, soll dann so sein, aber im Prinzip schmeckt scheiße. Matrizia schreibt auch, es wäre mir früher als Raucherin nie in den Sinn gekommen, das Haus ohne Zieges zu verlassen. Heute mit E-Zigarette gehe ich einkaufen oder zum Arzt ohne. Kein Problem. Da möchte ich schon eine kleine Einschränkung hier mal machen. Also, ich werde schon, wenn ich im Auto sitze und merke, ach, ich habe sie vergessen, ja, ziehe ich das Programm schon durch. Ziehe ich schon durch. Aber trotzdem ist es ein bisschen ein klein wenig beunruhigend trotzdem. Also mir fehlt dann definitiv was. Nupin Aktion schreibt, nee, habe ich jetzt keine Notwendigkeit gesehen, aufhören mit dampfen. Ja, also die wenigsten, die ich eben kenne, wollen aufhören, heißt aber nicht, dass man es nicht mal durchziehen kann und es mal ausprobieren möchte. Ja, sei es auch nur tatsächlich bei dem einen oder anderen aus Kostengründen. Dampfen mag vielleicht berechtigt sein. Ja, das war's mit diesem Thema, wann soll man aufhören? Und das führt mich aber gleich zu noch etwas. Thema Aufhören betrifft heute nicht nur das Thema des Tages, wann soll ich aufhören mit dem Dampfen? Nein, es betrifft in dem Fall hier auch das Thema die Dampferschule. Ja, die Dampferschule, wie sie anfangs gedacht war und immer noch ist als Einsteigshilfe, als Info für Neuinteressierte, ist meines Erachtens durcherzählt. Alles, was du wissen musst da draußen, um aufzuhören mit der Tabakzigarette, umzusteigen auf die E-Zigarette, wurde hier erzählt, wurde hier berichtet, wurde auch von euch im Chat mitkommentiert. Definitiv. Ja, das heißt, alle Basics sind genannt, das Ganze gibt es nachzusehen weiterhin, die ganze Zeit auf YouTube. Ja, das Ganze gibt es sogar und da wird es natürlich jetzt noch fortgeführt als Podcast, warum wird es dort fortgeführt? Dort sind wir jetzt erst irgendwo bei Folge 24 oder 25 oder so. Ja, das heißt, die Info bleibt erhalten, die wird sich auch nicht ändern. Ja, die Grundinformationen sind immer die gleichen, Neueinsteiger können also weiterhin deren Wissen erweitern. Aber nein, das Heute hier ist nicht die letzte Folge. Es wird eine offizielle Abschlussfolge geben und zwar ist das die kommende Folge. Aber da bin nicht mehr großartig ich am Wort. Also ja, ich moderiere dann hier dann schon dadurch, na selbstverständlich. Aber da seid ihr gefragt. Da kommt ihr quasi, wenn auch in schriftlicher Form, aber zu Wort. Das heißt, welche Themen habe ich vergessen, was wäre eurer Meinung nach noch wichtig für Neueinsteiger, für Interessierte? Also welche Themen gehören noch behandelt? Die werde ich dann in dieser Folge definitiv, wenn sinnvoll, durchnehmen. Ja, gerne aber auch eure Geschichte zum Thema aufhören. Habt ihr da vielleicht das ein oder andere Erlebnis? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir als PN. Schreibt es mir unter kontakt dampferschule.com Ja, unbedingt eure Geschichte, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr denkt, wo ihr denkt, das ist doch erwähnens- und erzählenswert. Gerne auch Rückschläge. Warum nicht, kann man auch mal machen. Ja, dann nehme ich das hier auch noch in die wirklich, wirklich letzte Dampferschule-Folge. Ja, die wird ein bisschen bunt, die wird ein bisschen kunterbunt und ich freue mich trotzdem darauf, auch wenn es ein bisschen trauriger Stream dann von meiner Seite wird, einfach weil dieses Kapitel abgeschlossen ist, aber sinnloserweise das fortzuführen, wenn aber grundsätzlich schon alles erwähnt wurde und nichts mehr weiter dazu kommen wird, da sehe ich dann eben als nicht sehr sinnvoll an. Ja, ich bin selbst gespannt, was eben jetzt hier dann von euch dann kommen wird. Ich freue mich drauf, bin gespannt. Achtung, die Abschlussfolge dafür aber ist in vier Wochen am 24. Juni um 14.30 Uhr am 24. Juni um 14.30 Uhr schaut da bitte vorbei, beteiligt euch gerne aktiv an dieser Folge, dann während der Folge und auch gerne eben im Vorfeld, ja, ein oder andere werde ich auch vorbereiten zu dieser Folge und dann werden wir das Ganze hier schön abrunden und abschließen. Wenn ihr euch generell fragt, ja, wie geht das dann hier weiter, okay, die Dampferschule ist aus und kommt was Neues? Ja, 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 es kommt was Neues, es kommt was Neues regelmäßiges wieder, höchstwahrscheinlich dann genauso wie jetzt hier so im 14-Tage-Abstand. Allerdings startet das, denn dafür sind noch Vorbereitungen nötig, da habe ich so eine Grundidee, das wird noch ausgearbeitet und ein bisschen daran gefeilt und ich freue mich auf das neue Projekt, startet aber erst im Herbst, die regelmäßigen alle zwei Wochen Samstag, wahrscheinlich bleibe ich so Samstag 14.30, bin mir war noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wird es weiterhin etwas Regelmäßiges geben, auch von mir, das startet dann im Herbst 2023, ja, eben ganz andere Sendung, wird dann nicht hier nur für Einsteiger sein, eher für uns alle, für uns alle und hoffentlich auch schön unterhaltsam, ja, ich sehe, ihr haut jetzt schon hier ein bisschen was rein, ja, gerne, alle Sachen, die ihr denkt, das wurde noch nicht erzählt, erzählt es mir, dann kann ich es weiter sagen, das war es mit der vorletzten Folge der Dampfer Schule, wir sehen uns also jetzt in vier Wochen zum letzten Mal, zumindest im Dampferschulen-Kontext, ich freue mich drauf, macht es gut, tschüss!